Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu World of Horror. Wir starten ein weiteres Mal rein in ein Playthrough und schauen mal, was wir dieses Mal für Enden bekommen. Continue. Ja, the city of Chiogawa, Japan, 1900 irgendwas mit 80. Es ist immer noch die gleiche Stadt, es sind immer noch die gleichen Regeln. Diese Stadt ist verflucht und wir müssen ein böses Unheil abwenden. Irgendwas freigeschaltet? Charakter exclusive per cards only, okay. Hier ist alles normal. Hopp. Gut, dann gehen wir erstmal nach Hause und schauen erstmal, was so abgeht. Können wir dieses Mal im Fernsehen irgendwas lernen? The search for a missing person continues in the forest surrounding Chiogawa. If you have any information, please contact the police department. Nix here. Wir haben keine VHSs. Fragt mich, ob wir irgendwie VHSs finden. Meine Güte. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir hier für Missionen. Irgendeine neue dabei? Ja, hier tatsächlich. Chilling Chronicle of the Crimson Cape. Und ansonsten haben wir welche, die wir schon kennen. Alle mit zwei Enden, außer die einen hier mit vier. Saved Friend and Slid Mouth. Spine-chilling Story of School Scissors. Hmm. Fangen wir doch einfach mal damit an. Another boy from your school has disappeared. Rumor has it a terrible woman has returned from the grave. A woman with the widest smile and the sharpest scissors. Ich glaube, das ist auch die Tutorial-Mission, oder? You knew your friend was up to something, when he left you his notebook full of cryptic notes. I can send her back where she belongs, he claimed. After he too disappeared, you decided to study the notebook for clues. It details a ritual that claims to stop the wicked woman once and for all. What's the worst thing that could happen? Hier könnten wir tatsächlich probieren, das Ritual falsch durchzuführen. Mal schauen. Your missing friend has left you a notebook. If the rumors are true, to stop the tall woman with scissors, you'll need to perform a ritual to force her material form to appear in our dimension. Accomplishing this requires first the drawing of an Eldritch sigil, and then the lighting of holy candles. You can only hope your friend has left them somewhere around the school. Ja, hier ist erstmal das Friends Diary. Das wir uns auch einmal durchlesen können. War das hier irgendwas mit A strange call woman, okay, blabli blub. Fin the candles, the sigil can weaken the demon. Aber wir müssen irgendwie die richtigen Sachen an Claps und Bows ausführen. Und das war ja irgendwie mal so bei den Rituals. Können wir einfach das Ritual performen? The ritual is not ready. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, explore the school. Mein Bart, der verabschiedet sich irgendwie gerade ein wenig. Ich weiß nicht warum. Oh. Oh. Ich muss das mal fixen. Ich bin nicht zufrieden damit. Sorry, ich bin gleich wieder da. So. Mustache Magnificence restored. Okay, schauen wir mal hier. Dark forces came against you. You don't know who you can trust anymore. Plus curse. Okay, nicht so good. Stalker. Human enemies get more powerful. Effect stacks. Na super. Und wenn wir den irgendwie loswerden. You feel like something horrible is happening within the school. You must hurry and find those items. Ja, dann explore doch einfach mal weiter. Pool is empty at this hour. It's dark, but you could swear something suddenly moved under the surface water. Und wir clowns einfach, oder was? Okay. You found an additional page from your friend's diary. Was ist das mein Stalker hier? It seems that the blessed chalk was left on the roof. On the roof? Sonst war es immer im Pool. Geh outside. Hello? Boop! Ja, wir machen das lieber nicht nochmal. Äh, können wir auf das Roof direkt drauf gehen? Ne, ne? Ne. Explosiert cool. Aber gehen wir jetzt aufs Roof? Something ist falsch. Instead of a clear blue sky you see the bloated corpse of a long forgotten deity looming over the school's roof. The barrier between worlds is coming apart. You must hurry or risk being noticed by whatever other eldritch horrors still lurk here. Try to sneak? Dexterity is, glaube ich, höher als stärker, also. Fail, ja, trotzdem. Wow. Wir kriegen direkt noch einen Curse. You raise your head in time to see athiosach's single eye glaring down at you. You scream as your mind is flooded with forbidden knowledge and your skin is etched with ancient runes and curses. Best science. Casting spells raises doom. Gut, dass ich keine Spells habe. Aber ich sehe jetzt cool aus mit dem Auge. Resolve this event. You found blessed shock, which you can use to draw the sigil in your ritual. You copy the sigil the best you can on the blackboard. Hopefully it will be enough. Das ist definitiv das Falsche und das ist auch gut so. Ich will das Falsche Ritual durchführen. Tall women with an unsetting failure. Gut, wir müssen ihr ja helfen. Das andere ist ja eher schlecht. Und failure. Danke dafür. The sound of scissors is getting closer. You must hurry. Explore the school. You bump into one of your teammates in the gym. Hey, Takashi. Takahashi. She says, looking over you with her bros Farud. Farud? Farud? Are you doing okay? You've been acting really weird lately. And you look super tired. You shouldn't burden with her with everything that's going on, but... Explain yourself. Luck check success. You hesitate, but after a deep breath, you tell her what's really going on. Shockingly, she believes you and wants to help. You try to convince her that you're fine on your own. But she's clearly made up her mind. You feel guilty, letting her get involved. But you know, she'll be a big help. Was, Eli? We're not alone. You found the holy candles in your friend's backpack. You lit them as instructed by the notebook. Everything should be... Is ready for the ritual. Okay, perform. It was the wrong symbol, but okay. Wait, what's that? The sigillers and holy candles don't seem to have any effect on the horrible monster. Had you drawn it wrong? Frozen in fear. You watch as the twitching horrors gets closer and closer. It raises enormous scissors and croaks. Am I beautiful? Repair for fight. Twisting and twitching. The demon woman enters the classroom. Kackling... Mene... Mene... Die Frage ist, habe ich sie jetzt einfach an? Kann ich... Das Ritual kann ich jetzt nicht durchführen. Das bringt ja, glaube ich, nichts ohne die Candles. Aber sie ist doch auch nicht Teil der Welt. Ähm... Wir brauchen erstmal eine Improvised Weapon. Wenn wir denn dann nochmal draufhauen, einfach so? Ja, I guess. Kick. Kick her. Kick her in the ass. Die Friend Attacks dauert zu lange und das andere auch. Wir könnten höchstens ein bisschen Attack Boost hinzufügen. Eins mehr. Ja gut. Zwei hätten gereicht, dann haben wir schon 100% Trefferchance, aber naja. Launch Sequence. Wir haben einen Branch gefunden. Den wollen wir auch direkt erstmal equippen. Der macht zwar nicht viel mehr Schaden, aber naja. Der macht auch extrem wenig Schaden. Vielleicht sollten wir lieber noch eine Improvised Weapon suchen und mal sehen, ob wir was Besseres finden. Und dann hauen wir einmal mit dem Branch drauf. Ein bisschen Attack Boost hinzufügen. Launch Sequence. Ja, und wir verfehlen. Haben wir Slid Mouth. Haben wir keine Weapon gefunden? Oder ist das... Items doch hier, Broken Bottle. Ich glaub, die ist doch besser, oder? Die macht auch nur drei Schaden, aber die hat eine höhere Trefferchance. Ne, oder auch nicht. I don't know. Dann müssen wir wohl eine Heavy Attack launchen. Und dann vielleicht noch mal ein bisschen Attack Boost. Normale Attacke. Das wird kritisch hier. Aber uns bleibt keine andere Wahl. Wir machen dich kaputt, Junge. Gut, ich heben kann. 10 AP hat sie noch und wir sind aber auch schon ziemlich... Alter, Slid Mouth. Was macht das? Minus one Charisma und minus one Strength. Ach du Kacke. Oh man, ey. Ja, was sollen wir tun? Wir müssen weiter unsere Attack launchen. So, und jetzt stirbst du. Zack. Resolve Combat. Der alte Horror liegt tot. Auf der Klasse. Slowly dissolving into nothingness. The only trace left of her is the large scissors. You stare at them, unsure what to feel. Something tells you, you want to keep them. You need them. Very slowly, you pick up the scissors and your mouth widens in a smile. Spend, chilling story of school scissors ending B. Machen die denn ordentlich Schaden? This woman is gone for good. Or is she? Shatter. Knowing the urban legend will inspire another kid in another city. You try and summon the... You try and summon the eldritch being. Achso, another kid in another city. Gut. Never mind. You try. Ja gut, wir kriegen ein bisschen Erfahrung. Wir kriegen eine Waffe, das ist auch gar nicht so schlecht. Wir haben ein neues Ende unlockt. Was machen jetzt die Old Gods? Bitte nicht wieder die Badewanne. Uncle Scientists are baffled. Eine un... Residented Aurora-like event has bathed the entire town in an unnatural green glow. Das war doch irgendwie was mit... Riesen... Achso, Spells wollen wir sowieso nicht casten. Weil... Ja. Haben wir keine Curses? Wo sind doch hier Stattes? Wir haben... Wir sehen... Wir sind so kaputt. Cursed Signs. Was macht das denn? Ja gut, das haben wir. Das Lichtmauk ist einfach so heavy auf uns. Na ja. Die Cursed Signs. Was machen die? Die machen sieben Schaben. Das ist huge. Equip die. Ist mir egal, ob die Cursed sind. Und jetzt... Können wir erstmal wieder nach Hause gehen. Können einen schönen Schlüssel hier finden. Können einmal baden gehen. Am besten... Für ein wenig Stamina extra. Was ist das denn? This action requires empty bottle. Wir haben nur eine broken bottle. Na ja. Mehr Stamina auf jeden Fall. Haben wir nötig. Dann schauen wir uns einmal den Fernseher an. Local police are helpless as more and more victims turn up in the downtown area with their throats slashed. Ich glaube, da sind wir für verantwortlich. Äh... Können wir durch das Peephole gucken. Was geht da so ab? Oh... Da war jemand. Hab's gesehen. You don't see anything weird. Schade. Ich hab's so schnell weggemacht. Aber ihr könnt ja gerne auf Stop machen und es nochmal lesen, was da vorher stand. Gut. Ähm... Dann schauen wir doch mal. Wir haben gerade minus 1% Doom. Interessant. Dann würde ich sagen... Saved by the bell. Tragic tale of the Tom... Tomatagy teacher. Phoebe used to be one of the most outstanding classes in school, at least before their teacher's disappearance. Her replacement glides through the school and tracing all those around her with soft voice and calming emotionless eyes. Now she stands at the front of the class, scribbling occult symbols and chalk and hissing lessons about the old gods. The children no longer play, but sit in their seats until dark, chanting along, learning of their eldritch masters and preparing to serve them. Investigate this mystery. Wir müssen zweimal in die Downtown. Following a rumor, you visit the house of a schoolgirl who acted really strange in class. The girls' parents sit crying in the living room and fearfully point you upstairs. Dann gehen wir doch aber erstmal in die Apartment. Mit unserem Alley in ihrem swimsuit? Loud her knocking wakes you up in the middle of the night. Open up! Shouts the deep voice from behind the door. I know you are there. Call the police. The man escapes when he hears the police siren, but before he goes, he draws an unfamiliar symbol in blood on your front door. Nice. Plus 3% doom. Resolve this event. She sits in her bedroom in a blood-stained uniform. A dead rat lying in her hands. Ask why she killed it. She just grins. Okay, wir gehen nach Downtown. Das reicht mir dann auch schon mit ihr. Nein, wir machen das natürlich wegen der Nebenquest. The roads seem to twist and turn when you are not looking, trapping you in this neighborhood. Wir haben keine Map. Get lost. And Aura's trying to find your way out. Finally completely exhausted. You end up on the Main Street as a passage to the blighted neighborhood slowly closes behind you. Ja, gehen wir doch einfach nochmal nach Downtown, dann haben wir immer in die Quest abgeschlossen. Die Nebenquest. You're pleasantly surprised to meet your old friend while waiting for a train. She's undoubtedly changed a lot since you've last seen her. These days she's moderating a web forum dedicated to the paranormal. Maybe she knows something useful? Invite to a copy. In between conspiracy theories and Bigfoot sightings, you hear a worrying rumor about an old god slowly awakening to rule the earth once again. Could this be the reason for recent horrific events? Minus one fun, da haben wir genug, plus sie in der Experience. Framming a tree, you get a better view of the class. Weird schematics of some portal drawn on the blackboard could help in the future. Okay. Die Frage ist, sollten wir vielleicht ins Krankenhaus gehen? Wo ging das denn nochmal? Travel to a hospital. Just zoom to enter, heal injuries. Ja, bitte. Ist eventuell ein wenig nötig. Enter Doctor's Office. Ähm, ja, ich würde gerne... Auf jeden Fall das Stalker entfernen. Wenn das irgendwie geht. Nicht Slid Mouse, dann aber vielleicht. Ja, heal. Hands kostet das. Blood Loss. Was ist das denn jetzt? Minus 10% Max Stamina. Deck das? Kann das decken? I don't know, weil wir können auch noch mehr hier healen. Ist Charge Summary. Plus 20% Experience. Okay, wir healen mal weiter. Wir kriegen irgendwie mal Hasty 8. Aber die sind weiß. Das heißt, es sieht aus, als wäre das positiv, aber irgendwie das ist negativ. Hasty 8. When taking stamina damage in combat, replace hasty 8 with a new random injury. Ja, danke dafür. Und dann hier haben wir noch das letzte Slid Mouth. Nochmal Hasty 8. Salker können wir wahrscheinlich nicht heilen, ne? Wäre auch ein bisschen komisch, wenn der Doktor das heilen könnte. Aber gut. Wechselt. Haben wir ein bisschen Geld ausgegeben, aber naja. Dafür haben wir immerhin Charisma und Stärke zurückbekommen. Ich glaube, das ist worth it. Dann gehen wir mal weiter zu den Apartments. Passing by a faulty elevator, its doors suddenly open. You take a step back, noticing a weird tall woman standing in the darkness. Do you live here? I've never seen you. Holy moly. Ja, wir sollten wahrscheinlich das machen, dann das und dann können wir noch einmal draufhauen. Launch Sequence. Das macht aber so viel Schaden, ey. Die 10 Damage. Damit hauen wir sie jetzt kaputt. Wir können auch einfach die normale Attacke einmal machen. Und wir haben ein Level Up. Resolve Combat. Ähm, wo finden wir das Level Up? Hier. Was wollen wir denn da? Art Knowledge. Plus One Perception. Das ist eventuell gar nicht so schlecht. Ich bin ja auch ein großer Fan von Luck. Aber... Proofed Wrestling at Home. Ja, I don't know. Das ist nicht wirklich nötig. Ja, Luck oder Perception? Ich glaube, wir gehen mal Perception. Weil Luck Routes hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Obwohl, wie hoch ist unsere Perception? Oh, Perception ist gerade... Was, sagen wir Luck gehen? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist ja alles nützlich, ne? Aber wir gehen Perception. Dann erhöhen wir auch so unsere Perception. Continue. Another lead. The former teacher of the class may prove more useful. Knocking on the door, however, gets you no answer. Just subtle chittering behind the door. Ja, dann wollen wir wohl zum Village, anscheinend? Unseasonal floods have closed many of the roads. Ich hab immer noch keine Map. Look for an alternative way. You've wasted a lot of time, looking for a safe path. Resolve Event. Das Doomsteck ist ein bisschen hoch, aber naja. A little boy from the school has been attacked by his classmate. Ja, dann unterhalten wir uns auch mal mit dem... ...im Krankenhaus. You enter the hospital, looking for information about a certain patient. The main corridor is dark and strangely empty. You spot a nurse at the registration booth. She's asleep from exhaustion. Press 8. Was sollen wir denn, mit ihm mal a set-trash-can on fire? Sneak past her? Ja, komm. Sneak past her. Warum Dexterity Fail? Ilya, das ist mein zweithöster, ist das? You've managed to sneak past her. Unfortunately, the old cabinet squeaks loudly, waking the nurse. You're thrown out of the hospital. Resolve this Event. Ah, you find him in the hospital, covered in bites. Just what is with this whole summoning that he speaks of between his subs? Ah no, sprich weiter mit ihm. Wir werden es herausfinden. We are stopped by two nurses, ready to apologize and explain yourself. You notice their weird smiles, dead stairs, sharp knives. Wir haben zwei Gegner. Können wir uns entscheiden, wen wir angreifen? Target enemy. Wir targeten B und machen einmal 10 damage. Die Frage, greifen wir so jetzt... Bleib mal lieber auf B. Killen wir sie erstmal. Und jetzt ist ja nur noch A da. Die Frage ist... Es hat nur eine 64%ige Hitchance. Ob wir es riskieren sollten, ob beides trifft. Ich meine, wir können die Hitchance auf jeden Fall ein bisschen erhöhen. Ja, probieren wir es einfach mal. Komm, no risk, no fun. Back mit dir. Wait, what's that? Steak Knife. Was hat das für Stats? Das hat so wenig Damage. Können wir das denn wenigstens unseren Kollegen geben? Bro, what enemy? Was soll das bringen? I don't know. Wir behalten es erstmal. Resolve Combat. With no other ideas, you decide to wait outside the school itself. Müsste der Junge nicht im Hospital liegen? Naja. Achso, wir suchen ja auch den Teacher. Schauen wir halt da mal nach. Only everything slows to a crowd. So the complete sequence. Time Warper. Okay. Ähm. Aber was heißt hier eigentlich Saved by the Battle beim letzten Mal? Ja, wir probieren trotzdem nochmal die Combo, einfach um möglichst viel Schaden zu machen. Jetzt hat er nämlich noch zwei HP und jetzt können wir ihn einfach finishen. Weg mit dir. Boop. Resolve Combat. The faint chanting doesn't stop and no one enters or leaves the building. Investigate school further. Hearing an eerie sound coming from behind the door, you decide to check it out. At first glance, the abandoned classroom seems empty. Once your eyes get used to the darkness, you discover an unusual sigil drawn on the floor. Judging by the smoke, someone put out the candles in the moment you entered. Let's machen wir ja die Sachen geleitet. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal... das Buch angucken. Pick up the book. You recognize the sticker on the book. It came from the local library. Fatal flora. Use... Investigate weird classroom. You sneak in through a window and skulk across the shadowy corridors. Other classrooms have emptied out. Peering into one, you spot the corpse of a teacher nailed to the chalkboard. Shaking you approach it. You spot an bulge protruding from his stomach. It rifts against your fingers as you probe it. Prepare for combat. Suddenly the teacher's chest rips apart. Showering the classroom with gore. From within, a child coated in meat and intestine sleeps out. Screeching with joy. Waren wir die nicht letztes mal besiegt? Ich weiß halt nicht, was mit ihr ist. Die hat ja auch nicht so viel HP. Also... Pflanze ist die auf jeden Fall nicht. Plup. As you near the gym hall, the chanting and rhythmic drums grow louder. Threatening to intoxicate you. You creak the door open in stifle as cream. The entire school is gathered around a huge portal, surrounded by black candles. From within, the bellowing of the beast being summoned echoes. The teacher stands in front, covered in a purple robe. Her true form revealed. Ach ja, hier kann man jetzt wahrscheinlich die Claps ausführen. Oder wir sterben. I don't know. Aber das wird wahrscheinlich das andere Ende sein. Ritual actions. Yeah, I don't know. Clap, clap. Bow, clap. Ritual was too short to have an effect. Okay. Clap, clap, clap. Bow, clap, clap. Ritual was too long to have an effect. Clap, clap. Bow, clap, clap. Nothing happens. You think you got two ritual moves right. Okay. Clap, clap. Clap. Bow, clap. Still too right. Ähm. Der letzte Clap auf jeden Fall. Und der erste oder zweite. Also machen wir mal Bow, clap. Nee. Bow, bow. Nee. Oder? I don't know. Bow, bow, bow. Bow, clap, clap. 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 Immer noch zwei. Uff. Clap, bow. Clap, bow, bow. Clap, clap, bow. Jetzt nur noch ein. Okay, bow, clap, clap. Bow. Clap, bow. Bow. Die drei. Bow, clap, clap. Bow, clap. Four. Bow, clap. Bow, clap. Bow, bow. Nothing happens. This ritual will only work on ghost enemies. Seriously? Aber sie ist doch gerade, ich hab's richtig gemacht. Was sollen wir denn sonst mit ihm machen? Race for impact. Können wir laufen? Learn about your enemy, I guess. 2011 begins. Was passiert hier überhaupt? Ich glaube, a doom weg ist einfach nur. The school building has become a portal to an unknown place. Close it before it's too late. Ja, I don't know. Wie closen wir das denn dann? Wir können sie ja nicht angreifen. Aber wir können attack the teacher. Ja, I guess. Wir haben ja keine andere Wahl. Battle bleeding. Chance of losing one's stamina with each investigation. Achter, das müssen wir unbedingt teilen. Broken bone. Was zur Hölle ist los bei mir? Naja, wir haben es besiegt. With her dying scream, the teacher throws herself into the portal. Her vicious master shows no mercy. You hear to devour her before the connection shuts. Wir haben wieder Ending A, aber ich weiß nicht, wie wir dann Ending B bekommen, weil ich habe versucht, das durchzuführen, aber es hat nicht funktioniert. Naja. The whole town stopped receiving any outside signal. It must be the radio mast failure. Das heißt, wir können kein Fernsehen mehr gucken. Sehr sad. Aber naja, wir haben einen Schlüssel. Was haben wir im Peephole? You don't see anything weird. Okay. Ja. Kein Fernsehsender. Dann nimm mal ein hot bath. Am besten auch hot, with extra stamina. Und dann gehen wir ins nächste Mysterium rein, würde ich sagen. Gucken wir uns mal Chilling Chronicle of a Crimson Cape an. Chilling Chronicle of a Crimson Cape. Und wir gehen als erstes mal ins Krankenhaus, weil wir echt ein Problem haben. Enter. Wir müssen uns ein bisschen heilen lassen. Broken Bones. Und dann dieses Healing, weil das macht uns sonst absolut kaputt. Jetzt haben wir keine Funs mehr. Discharge Summary plus 20% Experience. Ja gut, wir brauchen mehr Funs anscheinend. Ich will, aber du kannst ja doch nicht einfach. Ich bin hier am Verbluten. Ich hab doch bestimmte Versicherungen, oder nicht? Ach naja. Machen wir erstmal ein Level up. Quick Thinking plus one Dexterity. Oder Leadership plus one Charisma. Nein, wir machen, wir erhöhen Dexterity. Und, äh, nehmen es hier auch direkt mit. Continue. Dexterity hat uns nämlich bisher immer gefehlt. Das sollte nicht nochmal passieren. Investigate School. Es ist ein Bad Time zu sein, sagt der Grim-Lookin-Mann, der steht in deinem Weg. Unsere Firma, fortunately, specializes in Cases wie yours. Und will gladly help you get back on track, after all. Er ist ein Stap, und du kannst du sagen, dass es ein Faint-Smell ist von Rust-Mann. Ich glaube, ich brauche das ja auf Blood, weil ich sehr viel Bloodloss habe. Minus 3 Stamina, but a plus 2 Funds. Okay, das nehme ich. Dann können wir nämlich direkt nochmal ins Krankenhaus. Und, äh, unsere anderen Badly Bleedings hier heilen, denn ansonsten sterben wir nämlich. Badly bruised. Okay, das ist immerhin nur bis zum nächsten Stamina, äh, bis zum nächsten Mystery Ende. Naja, wir haben wieder keine Funt. Auf in die Downtown. Du hast es zu deinem Prinzip, der versammelt, dass er es sich umgekehrt wird. Mit deinen Freunden sicher für heute. Du solltest in die Legend. Vielleicht hast du die Rekorde in der Stadt-Library die Männchen von Ackermann. Ja, da Gossip about the current mystery. Wie mache ich das denn? Kann ich das irgendwo in einem Ort machen? Injuries. Study the current mystery, maybe. Hier, learn Gossip. Bin sonst noch irgendwo? In der Menschen nicht. Wie sieht es denn im Village aus? Da kann ich auch nichts machen. Hier auch nicht. Okay, ich probiere mal ein bisschen Gossip zu lernen. Ähm. Ask to join. Share creepy story. Latest Gossip. Ors to help you. Latest Gossip. Okay, Latest Gossip. When Akamanto asks which paper you want, you must refuse everything. Okay. Refuse everything. I get it. Latest Gossip. Have you heard about this computer program that... Okay, then... I keep hearing a wailing sound coming from the third stall of the girls' bathroom. Ask to join. It sounds strange. I believe you. Ask to join. Give me a break. Ask to join. Give me a break. Okay, dann halt nicht. You've heard some versions of the legend. Everyone agrees you can't take anything the man offers you. So, okay. Dann mal auf in die Downtown. Wir haben schon 40% Doom. Langsam wird es schon ein bisschen extrem. A sudden growl coming from behind a corner. Makes you stop. Hi, dich kennen wir doch auch. Aber dich können wir auch schnell kaputt hauen. Können wir zwei strong attacks machen? Ne, ganz genau nicht. Naja, dann machen wir halt hier das typische. Bup, bup, bup. Jesus. Nimm dies. Weg mit dir. You read a story about a vengeful samurai known for wearing a crimson red cape. It's an interesting find, for sure. But you need to find more information. In der Schule? Was macht das eigentlich? Cost Doom to enter. Können wir noch mehr... Ich will mal gucken, ob wir noch mehr Allies recruiten können. Erstmal gossip. I sip recently the tap water in my entire neighborhood started tasting weird. Almost like... Ask you to join. He hasn't been the same since he came back. Observe. Doi is reading a horror manga about spirals. They seem relaxed. Give me a break. Okay. Wait. Ja, wahrscheinlich können wir auch nur maximal drei haben, kann ich mir vorstellen. Naja, investigate school. You hear a faint sound while walking outside the biology classroom. Inside is an old anatomy model. Its heart is beating. The sight almost makes you sick. One of the articles mentions a young doctor who performed life-saving surgery on a victim of a brutal assault. The assault happened in the toilet. Maybe he still works at the hospital and can share some information. Auf zum Hospital. When the patient came home one morning, covered in scars and babbing about aliens, the police had them committed. They are mumbling something quietly as you pass by. What kind of paranoia, Leida? Talk to them. Parisma check fail. Ah, good. Parisma is low. Never mind. You try reasoning with them to tell you what really happened, but it doesn't seem to work. It takes two nurses to calm them down after they've roughed you up. Alter. Stop it, please. You learn that the doctor suddenly left the hospital after the latest murder, taking all of the records with him. Why would he do that? That's not only bad news. Your friend didn't come to school today and another body has supposedly been found. Auf zur Schule. Und wir hier ein bisschen resten. Wir kommen, wir resten mal ein bisschen. Das muss sein. Rest some more. Wir müssen uns hier. Treib den Doom hoch, aber egal. Rest one more time. So. Und jetzt auf zur Schule. Und sterben wir vielleicht gleich noch, das wäre nicht so gut. As you enter the school gym, you notice a strange black doll propped up against the wall. Wir waren doch in der Anatomy class. Warum haben wir den Perk nicht bekommen? Na ja. Komm closer. Minus two reason. Wir können ja auch schon. In die downtown. The principal has ordered the school to be closed down for the investigation. Okay, mal in die downtown. While you walk through the crowded space, someone bumps into you and quickly apologizes. Realize what's happening. Ich bitte dich. Wir haben Dexterity 10, Perception 9. Perception check. Success. Mir fällt auch gerade mal auf, sie haben sowieso keine Funs. Hättet, wer hätte sie ruhig einfach mitnehmen können, das wäre uns sowieso scheißegal gewesen dieses Mal. Aber hey. Fünf Experienz. Yay. You break the window and get inside the school unnoticed. The cursed toilet is located on the third floor. Get over here. Get over there. Investigate school. You catch a glimpse of an art class. One disturbing painting draws your attention. Take a peek, horrified. Oder use your art knowledge to interpret the weird painting. Ja, I guess this is unser perk, oder? You gasp in horror, but quickly recognize the dystopian, surrealist style. You ask for the painting, so you can sell it to an avid art collector. Resolve this event. Nice. Endlich hat uns mal ein perk was gebracht. Glaub ich zumindest, weil wir haben ja hier den, äh, perk art knowledge. There is no turning back now. Aller than any man you've ever seen. Squish, squeak. The door slowly opens. You care yourself. A masked man dressed in a red coat, clearly too tall for the ceiling emerges from outside. His voice sounds like a faulty radio. Would you like red paper or blue paper? I don't want anything from you. It's getting darker. Tall man in the red coat slowly takes the mask off as tall walls wither and rot and reality starts to crumble. Okay. Ist das denn jetzt ein Geist? Ich glaub ja nicht, weil wir können ihn ja einfach steppen. You've defeated ghoul, aber das war davor. Ähm. Ja, wir steppen ihn dann einfach mal, ne? Aua. Something doesn't feel right. What do you mean? Hab ich irgendeinen Status abbekommen? Nicht wirklich. Dann steppen wir ihn weiter. Boop. You defeated Akamanto, true form. Resolve combat. When you wake up, you find yourself back in the toilet stall, thinking it was all a dream. You stand up, only to hear a crack from under your shoe. There lies a broken crimson mask. Akamanto might return one day, but now you know that ancient horrors can be defeated. Chilling Chronicle of a Crimson Cape, ending A. Rewards for solving the mystery. 30 experience. 15 experience for the bonus quest. Minus 5% doom. Plus one day. Haben wir denn jetzt diese Maske? Nein. Warum nicht? Ich will die Maske. Ich will gegen ein neues Level. Disziplin. Regain one stamina for all successful events. Ja, das könnte man vielleicht machen. Smaller doom penalty oder one luck. Wir gehen for luck und erhöhen auch noch unsere perception. Preparing for the worst. People are stocking up on everything, making it harder for you to find what you want. Ja, I don't care for that. Wir nehmen jetzt mal ein hot bath. Mehr stamina. Müssen wir da ein bisschen regenerieren. Fernseher funktioniert hier nicht. People? What's that? Who knows? Auf ins nächste Mystery, in das letzte. Rotten report of a rancid ramen. Das hatten wir ja schon das letzte Mal. Aber der Ramen-Shop war ja dann nach einer Zeit auf einmal weg. I don't know. Rotten report of a rancid ramen. Out of thin air, a brand new ramen restaurant opens in town. It's adored by everyone. Once people take a bite, they can't stop. Day and night, the queue stretch out the door. The shambling customers stuff themselves with dish after dish, while the blind owner sits silently behind the counter, grinning and polishing his gleaming knives. We are determined to discover what makes this ramen so enticing. What is, äh, what is its true power? Dog meat? Human meat? The flesh of the gods themselves? Investigate the mystery. Discard two items. Die müssen wir doch eigentlich haben, oder? Wir können nämlich die broken bottle discarden. Und die branch. Brauchen wir beides nicht. You sneak into the alley in the dead of night, gagging, you look through the restaurant's garbage. It's all vile pulp, through a few chunks of meat, look like promising samples. Aha, die Nebenquest brauchen wir also. Rancid meat of an unknown source smells horrible. Ja, das brauchen wir wahrscheinlich für das andere Ende. Travel to apartments. Excuse me, do you have a moment to talk about our real lord and savior? The day of reckoning is coming, says the voice on the other side of the line. You definitely don't like the way the man on the other side of the line puts an accent on real. Hello, are you still there? Listen to the man. You learn some useful bits of information about your nemesis. However, if everything the man said was the truth, dot, dot, dot. Naja, minus 5% doom is ganz gut. Dafür nehme ich das Reason kauf. Wir müssen uns ja wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen healen. Resolve this event. You can see the restaurant through the staircase's window. You watch the door for hours, but never see any of the cooks enter nor leave. Investigate apartments. You find an envelope lying on a pillow in your bedroom. Inside is cash and a note from someone who has been watching you. They wish you luck in your task and promise to meet you soon. Just how did this envelope end up in your bedroom? Yeah, I guess okay. The only true way to investigate is to get to the restaurant yourself. Okay. Weiter in the apartments. A woman jumps out of her apartment, covered in gore. Between stops, she tries to explain what happened. She was taking a shower, when suddenly the shower had started spraying blood. A trail of blood leads into the dark apartment. Come head down, we have the last one. That's why we do it. Sorry. Check her bathroom. Knowledge check success. Wir sind zwar nicht so knowledgeable, aber wir haben es trotzdem geschafft. You don't enter the bathroom. Instead, you go straight to the building spoiler room. One pipe coming from the ground looks like it was welded to the central system recently. Where does it lead? It seems that you were not the only one waiting to try it for yourself. You stand in line for hours. Your questions fall on deaf ears. And you're shunned. Auf nach downtown. The only metro line in your town connects the university and the science complex. You could take a right to gain some time, but you've got the feeling something is wrong. Where are all the people? Take a right. Luck check failure. Something is clearly wrong. There are no lights inside the metro car. And all you can see are countless handprints pressed onto the windows. Minus three reason. We're going to turn a little bit through. The smell around the restaurant is overpowering, grease, rot and... Is that blood you can smell? Investigate downtown. Experts are baffled by the sudden appearance of 20 stone statues lined up in a row in the middle of the park. You can cast one spell without paying anything. Yeah, but we don't have a spell. So, yeah. Run ramen, please. The owner grins... Grin widens. It's finally your turn to order. Okay. We have enough to smelly meat. Investigate downtown. Investigating restaurant. Through the dirty restaurant window you notice a shady looking man wearing a jacket covered in strange symbols. He stops in front of a house, visibly nervous. Before he enters the house he turns around as if he's checking for any unwanted followers. What could it mean? Call the police. Follow the man. Ask the waiter. I guess ask the waiter. Before pursuing the man, you ask the waiter if they know him. The waiter smiles and explains that the man is a part of a tabletop role-playing community. You think him slightly embarrassed. Resolve this event. The red bowl is pushed in your face. It's so crowded that you are forced to sit on the floor. Okay. Investigate further. Suddenly an empty bottle smashes on the wall behind you. You cover yourself from the glass fragments and notice a masked assiliant holding a baseball bed. Okay. Okay. Willst du sterben, Mädchen? Ich hab eine Schere. Eine verfluchte Schere. Ja, die macht dich kaputt. Oah. Du hast auch ganz schön fest drauf, aber ich hau fester. You've defeated Rioter. Get up. Was that? A baseball bed or something like that? Prescription? Important document. Where could you fill a prescription like this? Inspect? It's for an expensive pharmacy drug. Okay. What do I do with that? With a slick hand you fill a vial with the soup and walk out, all without tasting the weird dish. Investigate lab. With the pulling of some delicate strings you get the ramen into the lab. While handing over the gathered material you hesitate. What should you send to the laboratory? You're vile and meaner, obviously. You look at the charts and cannot believe your eyes. While the standard test didn't detect anything weird, adding drops of human blood reveals something horrible. Whatever this thing is made of, it's alive. Beating a soft pulse against the glass. Your friend leaves you with the paper, smuttering an excuse and preparing to flee town on the next train. Prepared for a fight, you march down to the restaurant. However, you find no eldritch horror to duel. Instead, you're shocked to find nothing but a gap in the street. You ignore the distraught customers, still lining up where they remember the entrance. Is it really one of my allies? Investigating the grounds, you see something glistening where the kitchen used to be. Cautiously, you look at the chunk of meat and then jump back with a yell. As it flexes, it opens a weary eye, grins and wanders off on stubby black claws. You walk home shaken. In your head, you hear the weird ramen breathing in its bowl. You only stop to throw up on the street. Ending A. Hatten wir letztes Mal Ending B? Ich weiß es nicht. Plus 30, plus 15, minus 5% Doom. Bisschen gehealt. Ja, ganz gut. Continue. Und ein weiteres Level. Fast Swimmer. Faster Offensive Actions. Könnte man nehmen. Ja, wir nehmen glaube ich Faster Offensive Actions. Und dann nehmen wir noch. I don't know. Noch mehr Luck vielleicht. Wir nehmen noch mehr Luck. Continue. Was kriegen wir jetzt noch für Effekte hier? Did the water's level suddenly increase or is the city slowly sinking? Ja gut, Seaside gehen wir jetzt glaube ich nicht mehr hin. Wir haben ja jetzt auch alle Schlüssel. Take the key. Können wir noch einmal ein Bath nehmen, dass wir vielleicht dieses Mal mit extra Reasoning sehen. Gucken nochmal durchs Peephole. Someone is standing in the shadow watching your door. Okay, danke dafür. Und dann würde ich sagen, Downscreen, gehen wir zum Lighthouse. Enter the Lighthouse. Multiple Peralogs. Ja, die können wir jetzt alle öffnen. Zack, 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 zack. Und Enter the Lighthouse. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen resten. Zack, zack. Ich weiß, das gibt Doom, aber macht nichts. Wir haben ja genug Zeit. Ach, wir können nicht mehr resten. Naja. Dann start climbing. Mit unseren ganzen Freunden. You are stopped by a girl wearing dirty black school uniform. I'm sorry, but I can't let you go any further, she says, reaching for her back. It's too late anyway. You instinctively take a step back. When you notice a knife in her hand, you have to think fast. Try to reason with her. Not enough charisma. You try to talk her into allowing you to pass, but suddenly she raises the knife and slices right across her own throat, nearly decapitating herself. You carefully step over the body. Okay. Climbing up the winding staircase, you are stopped by a masked man wearing an expensive suit. The rules have changed, kiddo. He says, taking the jacket and the mask off. Nothing personal. Really? Yeah, but I'm just doing something like this. And that. And, yeah, du wirst sehr viel Schaden kriegen, Junge. Und dann mach ich nochmal sowas und du bist gut vom Fenster. Flash Takashi-san, ist das einer meiner Freunde? Okay. Following the winding staircase, you are stopped by darkness. A thick black cloud is obscuring your vision and you can't swear. Something is waiting for you inside of it. And I continue climbing. You decide to brave the wheel. You finally emerge a while later safe. You can't however explain the blasphemous whispers you heard. Minus three reasons. Aber deswegen haben wir ja gehealt. Following the winding staircase, you are stopped by a metal gate. Warte mal, wir haben einen Zauber? Memory extract. Plus two reasons, cost and experience. We don't need it yet, but it's good to know. Falling a metal gate. The tiny page nailed to the gate explains that opening the gate will require you to grab two metal rods. Using your own body as a natural conductor, you will power up the gate. I guess we tried. Not enough knowledge. Und wir kriegen Schaden. You grab the rods. Electricity is flowing through your body and burning the nerf endings. The pain is almost unbearable, but with a bust the gate opens. Alter, wir kriegen diese Runde so viel Schaden. So viele Verletzungen. Following the winding staircase, you find a metal gate that blocks your way. It's locked, but you notice an electrical cable. It seems to connect to the door, to a hole inside the central pillar. If there's a switch inside, you'll have to risk getting cut by numerous glass shards and knives. I mean, the dexterity is 10, so I'll ask you. You've managed to locate the door switch while avoiding the knives and glass shards. With a bust the gate opens. Plus 10 experience. The dark clouds swirl around the lighthouse. Did you arrive too late? Now we have a telescope here again. 71% doom is nothing. As the unnatural fog slowly lifts, you are relieved and collapse on the floor. The next day, everything feels like a bad dream. You've managed to stop the ritual awakening the eldritch old god. But what's done is done. It will stir in its slumber again and again, until the stars are right once more. Congratulations, you are safe. For now. Yay. Eigentlich könnten wir auch mal auf einer höheren Schwierigkeit so langsam spielen, aber ja. Irgendwas freigeschaltet. You unlocked two new achievements. Ja, weil wir zwei neue Enden freigeschaltet haben. Also war das andere mit dem Rahmen doch letztes Mal auch wieder A? Come and go, old god. At your last. Incoming doom to 72%. Very good. Press to restart. Hello. It's over. Ich kann hier nichts anklicken. Na ja, gut. Aber das war ja jetzt erstmal wieder das Ende. Und ja, ich weiß nicht, ob wir noch einmal World of Horror spielen werden diesen Monat, aber wir werden sehen. Und wenn, dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal einen höheren Schwierigkeitsgrad aus. Ja gut. Aber damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reitschalten. Wünsche ich allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht, oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, ein Spooky-Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei World of Horror oder vielleicht auch irgendeinem anderen Horrorspiel. Bis dahin. Bye-bye. Bye-bye.